Baby, herzlich willkommen in Buxta-Hude. Mein RTL. Willkommen zu Hause. Ich habe einfach ein Gefühl, dem muss ich nachgehen. Der Spur muss mal nachgehen. Ihr kennt das doch. Irgendwo bin ich ein Hund. Und wenn eine andere Hündin ihre Fährte lässt, wenn sie das Beichen hebt, dann komm ich. TKS3, let's go fight. Green, Bon, on this side. Yell green, green, Bon, on this side. On this side. Yell white, white, green, white, green, white, TKS3, let's go fight. Boah, jetzt bin ich aber raus. Aber ich war gut mit dem Puschel, ne? Du warst wunderbar. Ja, 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 ja. Da ist er! Da ist er, das Maskottchen! Du bleibst den ganzen Abend und am Ende ess ich dich! Ja Fuxi! Ja, ich bin die Biese! Ich steck euch mit beiden Sachen! Yeah! Geh, 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 geh! Baby! Nee! Kannst du nur so spielen? Ein paar Spins machen. Ey, aber ey! Wisst ihr was ich glaube? Jungs! Trappf ihn auf ihn zwei Mal! Die Freispiele! Komm! Das kann doch nicht sein! Warum bist du so noch so langsam und die hört sich nicht mehr auf! Büsche Gewinnkontor, mein Name ist Stefan Krause, was darf ich für Sie sagen? Herr Krause, ich freue mich! Ich habe einen Brief gekriegt hier! Passen Sie auf, Sie dürfen aber meine Adresse jetzt nicht zum Abgleich vorlesen! Weil ich bin prominenter! Ach, okay! Bist du auch Promi? Ich bin auch prominent! Was wollen wir denn jetzt? Ich habe hier einen Brief! Ich habe hier die Rente! Viertelmillionen! Überweisung bitte! Ich gebe meinen Code! Oder was brauchst du? Andern tun vielleicht und dann beim nächsten Mal besser ausgelernt! Schönen Tag! Piss dich, du Hanson! Ja, Baby! Oh, Baby! Mal 100! Komm, Junge! Zwei Schwerter! Zwei Schwerter! Mal 100! Geschwärtschwert, ja! Mal 100! Ein dickes Bild, Baby! Ja, das ist er doch, Jungs! Das ist er doch! Das ist er doch, Baby! 600, Entschuldigung! 800! 900! 1000! Ja, ist das dick! An alle, die gesagt haben! Das Ding kann nix, ja! Ich habe noch zwei Spiele! Ja, ich habe noch zwei Spiele! Ja, ich habe noch zwei Spiele! Ja, ich habe noch zwei Spiele! 3.000 Euro schon! 3.000 Euro schon! Der Spiel hat gerade angefangen! Ich habe den Skalibur erobert! Ich darf nicht schreien, ohne Scheiß! Ich darf nicht schreien! 4.000 Euro! Hier wohnt der beste Hausmeister Hans! Hansi! Warum Stress? Der hatte einen Keller unten, und erst mal hat er oben drüber den Schlüssel versteckt und man konnte mit einem Tritt immer die Tür auftreten und dann wieder zureißen! Der hat nach Boden gereist und hat immer Stangenzioletten im Treffer und wenn ich mal Geld not hatte, habe ich mir die genommen! Na, das ist doch schön! Wohnt der noch hier? Ja! Der ist Fenster mal gekippt und du erzählst die Geschichten hier! Nein, der war nicht da! Woher weißt du das, wenn das Fenster gekippt ist? Ich habe hier acht, neun Jahre gewohnt, ich weiß aber da! Der kommt gleich raus, Hansi! Mit Axt, Junge! Mit dem Beil! Hier ist gerade eine Tochter drinnen gewohnt! Die rechte Seite bei der Zimmer habe ich auch mal durchgeguckt, wenn sie umgezogen hat! Woher weißt du das Ding? Die Fenster sind offen! Hier ist Herr Lüns waren gewohnt! Lüns? Der Lüns ist aber schon gestorben! Er hatte eine Störung! Also der war psychisch nicht mehr ganz da! Der ist zwar im Schwarmarkt Papel einmal einkaufen gegangen mit T-Shirt aber untenrum gar nichts! Ja wirklich, wirklich! Die Leute sind bereit! Seien die bereit? Okay! Also! Sonntag! Ist es soweit! Sonntag kriegt Knossi endlich seinen Behinderten-Ausweis! Sein Down-Syndrom unerkannt! Ich stelle mir sein hässliches Gesicht dabei gerade vor, Digga! Hast du aufgelegt? Nein, der hat nicht aufgelegt! Der ist doch gerade, Digga! Das war echt was! Hahahaha! 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 Weil wir beliebt haben! Weil wir beliebt haben! Hahahaha! Bis zum Ende habe ich begüsslich! Hahahaha! Der war eklig Digga! Der war nass! Der war nass! Der war nass! Du Schweine! Ich hab doch gar nicht getroffen! Du hast geleckt! Ach, ich hab deine Mutter geleckt. K, wir haben K. Schicksal, Schicksal oder nicht? K, K hatten wir bei dir auch. Alter, ey, pass mal auf. Ist dir das klar? Ey, ist dir das klar? Wir haben den Spin auf dem letzten Drücker gekriegt, ne? Ja, ich wär rausgegangen danach. Wir haben den Spin auf dem letzten Drücker gekriegt. Du hast mich angeleckt. Ich hab mich nicht mal getroffen. Ich hab dein scheiß Kind geküsst, du Downsend-Bumpen-Gesicht. Ey. Oh, Baby. Oh, nochmal ein Schmetterling. Oh, ja, Baby. Oh, die ist schön. Bitte mach einmal Vollbildschmetterling. Oh, mach zwei Schlotze. Oh, Baby. Mach doch mal ein Schmetterling. Ja. Nein. Baby, auf, wir, ein Schmetterling. Oh, nein. Baby. 44 Euro in der Hella. Wer hat die Dreckscheiße vorgeschragen, Junge? Heute ruhiger Stream. Ja. Yes. Baby. Tut mir leid, dass ich geschrien hab an die Frauen. Es tut mir leid. Hier. Hier. Pulvers. Hilf gar nicht, du Scheiße. Kannst doch nicht durch die Nase ziehen, oder? Was? Was? Ah! Medi du rufst. Medi du rufst. Helft. Hallo. ist das die Dachnustik? Darf ich einmal so spielen mit dir? So, kling, kling, kling? Kling, kling, kling? Ja! 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 Yes! Enttrags, Junge! Ja! Oh, warum? Ja! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Ja! Ja! Ah! 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 Fünffach aus! Fünffach aus! Ja! 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 Baby, yes! 5.390 Euro! Yes! Erkläre mal, warum B oder C und warum. Wie du dich entscheidest. Welche Säfte bei dir im Hirn zusammenfließen? Wird auch mal mich interessieren. Weiß nicht, schwierig. Ich werd noch mal D nehmen, Digga. Ich hab doch gar kein D! Ja! 1.390! Yes! Ja! 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 Keine zwei Minuten drin gewesen! Keine Minute drin gewesen! Justin Timberlake kommt rein und singt! It's tearing up on the heart! When after you! You ran it on the ball with Iggy! It was you! When we're tearing up with you! Our freak on the way! Tearing up on the heart! Yes! Man denkt echt ohne Scheiß! Sascha Schildkang! Schildkang ist er! Pass auf, pass auf! Ja, ja! Der wird sicherlich nicht sein, oder? Es ist nichts passiert aber! Es ist nichts passiert! Nichts passiert, oder? Was ist das für ein Kratzer? Und dann kam halt ne Kurve und Knossi war halt einfach gerade und ich denk mir so, Digga, da kommt ne Kurve und Knossi denkt sich halt so, nee aber ich bin grad gerade und... Ich mach so, Auto so machen, ich mach so, aber... Unfall! Jaaaaaaaaaaaa! TAUSEND EURO! Tausend EURO BILD! Du musst es nur unsagen! Wir mussten es nur unsagen! Wo ist der Gold Junge? Wo ist der beste Gold Sucha? Europa Junge! Europa Gold Suchen Baby! Europa Baby! Ich hab's noch gesagt, Jus! Quatsch, hier kann man Leute da. Da oben sind welche am Pässe, du redest nix. Mal hallo sagen. Ich bin doch freundlich. Nein, möchte ich aber nicht. Ich will hier ein bisschen auch noch mal mein Gesicht sehen lassen. Ich muss noch mal pissen. Mann, das ist hier! Da wohnen Leute! Die hupen alle! Das klingt doch nicht richtig. Ist okay, aber wir brauchen jetzt zwei, zwei Stück Hande noch, ne? Jetzt Pasha, guck mal, wir können es aber schaffen auf die 200x, ne? Wie viel ist das? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, glaube ich. 10 oder 12. Pasha, auch gut! Auch gut! Aaaaaaah! Wir haben 11! Wir haben 11! Ey, du hast nicht verzählt, Alter! Die Einkommenssteuerscheiße, glaube ich. Bitte nein, bitte nein! Du hast 11 gesagt! Du hast dir gewünscht! Hast du 11 gesagt? Ich weiß es nicht. 1, 2, 10 durch! Bitte, 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 Junge! Ja, 200x! 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 OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 5.000! 5.000! 5.000! Das kann nicht sein, Marcel! Die Rente! Oh, die Rente ist da! Wir haben sie echt geschafft! Das höchste Feld! wir sind auch mal 200 digga das habe ich vom aussehen was sagst du 10 10 vom aussehen her ne 10 10 punkte von 10 punkte vom aussehen her also ich hab 10 punkte von der offen aussehen ja ich hab ich sagte wenn mit jemand was ist gefahr ich zur jasmin hoch soll erleben gerne sehr gerne was hast du für eine ausgesucht du bist du fahrtfinder oder was ich meine schlitter schutzweste hat sie mal nicht ich bin ein lörker bei euch aber hin und wieder komm ich rein ich hab hier meinen akku hier und so ich meine dass ich fang gerade an ja das ist doch korrekt man ja wie muss man haben aber das sieht ein bisschen so aus wie gleich hier ein einkaufszentrum oder geocaching ja geocaching was ist das huch ach scheiße ach scheiße bleib sitzen was mit rauchen die aufnahme war nicht gut Das stimmt. Okay, und los. Da war nichts Scharfes dabei. Du hast auch alles weggeschmissen. Du musst es in die Kamera holen. 2000 Jahre später. Danke für den Sub. Ja, das war's doch. Endlich feiert, Alter. Meine Arsch schwitzen, Brüder, Hannes. Unnormal. Du bist, du bist gleich. Wie bitte? Zeig sie uns doch ein bisschen gleich mal. Und du siehst einen Brennen in 100er? Der ist von mir. Der macht alles kaputt, Bro. Ey, Junge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das ist auch so. Ja, das kann nicht sein. Das kann sein, Junge. Das kann schon sein für euch. Das gibt's nicht im ersten Spiel. Allein im ersten Spiel, Junge. Hier ist eure Krone. Hier ist die Krone, Junge. Ein Spin. Hier ist die Krone. Yes. Oh, baby, yes. Oh, baby, yes.